Das Tagesgespräch bei Phoenix heute mit Henning Otte, dem stellvertretenden Vorsitzenden im Verteidigungsausschuss. Grüße in Berlin. Guten Morgen, Herr Krüttel. Das, was wir gerade als Ausschnitt von Wladimir Putin gesehen haben und vor allem gehört haben, man muss ja immer bei ihm sehr genau hören, was er sagt, klingt verhältnismäßig mild oder was würden Sie sagen? Ja, Bange machen gilt nicht. Putin versucht immer die Strategie der Angst zu fahren, Drohgebärden aufzubauen. Aber er erkennt natürlich auch die Zeichen der Geschlossenheit der NATO und vor allem jetzt auch die Beitrittsambitionen Finnlands und Schwedens. Das ist ein klarer Sieg für Frieden und Freiheit und das ist ein deutliches Zeichen auch gegen das Vorgehen Putins in der Ukraine. Aber wenn wir uns erinnern, der Angriff auf die Ukraine war ja begründet mit der NATO-Osterweiterung, dass die NATO zu sehr an das russische Gebiet heranrückt. Ist das dann jetzt irgendwie eine neue Politik, ein neues Denken oder vielleicht ein Einlenken Putins? Es war zumindest die Begründung Putins. Die Motivation war offensichtlich eine andere, nämlich ein zaristisches Reich zusammenzuführen aus Russland, dann Weißrussland und auch der Ukraine. Und hier ist Putin nicht vorangekommen. Hier ist er an seine militärischen Grenzen gestoßen. Und dies erkennt er offensichtlich auch. Und deswegen konzentriert er sich jetzt auf den Süden und in der Ukraine, um wenigstens dort Geländegewinne verzeichnen zu können. Also er hat ja zumindest Konsequenzen angedroht, wie immer die auch aussehen werden. Das werden wir erleben. Wir registrieren allerdings nicht nur seit gestern auch schon geäußerte Angst und ein wenig Sorge vor allen Dingen dann auch in den dann womöglich neuen Mitgliedsländern der NATO. Darüber reden wir gleich noch, wie es dazu kommen kann dann auch in der Zukunft in Schweden und in Finnland. Macht man sich schon Gedanken, greift der uns jetzt an. Was denken Sie? Das ist gerade ja ein Ausdruck der sicherheitspolitischen Lage und der souveränen Entscheidung Finnlands und Schwedens und Ausdruck auch für Frieden und Freiheit einzustehen und auch Frieden zu gewährleisten. Dort deswegen ein freiwilliger Beitritt zur NATO, um zu zeigen, diese Länder wollen jetzt über ihren Opportunity-Status hinaus auch festes Mitglied werden dieses Verteidigungsbündnisses und dieser Wertegemeinschaft der NATO. Also Sie machen sich da keine Sorgen? Aktuell? Ich mache mir da keine Sorgen. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Stärkung der Verteidigungsbereitschaft, vor allem eine Stärkung auch des Friedensaspektes, weil es auch darum geht, die Ostsee jetzt besser absichern zu können und hier weniger Möglichkeiten einer Konfrontation zu bieten. Kann man vielleicht sagen, Putin hat eigentlich sehr viel erreicht mit seinem Krieg gegen die Ukraine. Ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber letzten Endes den Westen geeint und die NATO wird größer. Ja, Putin hat sich in seiner Strategie völlig verkalkuliert. Er hat sich militärisch überschätzt, er hat die ukrainische Gegenwehr unterschätzt und er hat auch nicht einkalkuliert, wie geschlossen die Europäische Union und auch die NATO steht. Und das ist aber ein gutes Zeichen. Wir freuen uns eher über die positiven Signale und die stellen wir heraus. Die NATO ist der Garant für Frieden und Freiheit hier für uns im Wertebündnis. Ja, also positive Signale, sagen Sie. Ich nenne es mal vielleicht noch Vorteile. Die Vorteile für diese beiden Staaten, Finnland und Schweden, sind schnell erklärt. Die Vorteile für die NATO? Ja, Finnland und Schweden waren ohnehin schon Enhanced Opportunity Partners und durch die Europäische Union, durch den Artikel 42 Abseits 7 gilt ohnehin eine Einstandspflicht füreinander. Das heißt, sie kommen jetzt nicht von 0 auf 100, sondern sie zementieren jetzt nochmal den Ausdruck einzustehen für dieses Wertebündnis für Frieden und Freiheit. Ich begrüße das sehr. Und jetzt gilt es, dieses Angebot von beiden Ländern auch zusammen abzugeben. Und dann muss die NATO schnell entscheiden, damit schnell auch ein Beitritt erfolgen kann. Stichwort schnell. Sie geben mir wunderbar die Stichworte. Turbo würde ich auch noch dazu schreiben. Ist der Turbo richtig, jetzt so zügig alles durchzuziehen? So schnell wie möglich, aber eben mit einem ganz geschlossenen Votum der NATO. Darum geht es auch, dass alle Mitglieder überzeugt sind, dass dies notwendig ist. Und hier muss insbesondere auch eben mit der Türkei noch einmal gesprochen werden. Die Türkei ist ein Dreißigstel dieses Verteidigungsbündnisses und muss eben auch abwägen zwischen nationalem Interesse und dem überwiegenden Interesse dieser Wertegemeinschaft. Aber hier bin ich zuversichtlich, dass die Gespräche mit Präsident Erdogan auch zu einer schnellen Zustimmung führen werden. Ja, da steht aber irgendwie, das Pferd noch quer im Stalle. Was ist denn das Problem der Türkei? Was ist das Problem Erdogans oder worauf könnte er aus sein? Erdogan versucht erst einmal möglichst viel aus nationalem Interesse für sich herauszuholen. Ich kenne die Motive Erdogans nicht, aber die können natürlich von militärischen Zugeständnissen reichen bis zu Zusicherungen. PKK-Anhänger nicht anzuerkennen. Aber hier muss ich sagen, dies ist nicht Gegenstand der Verhandlungen, sondern es geht darum, dass Finnland und Schweden einen klaren Antrag stellen, Mitglied der NATO zu werden. Diese Erweiterung stärkt das Bündnis. Und hier ist der Erdogan aufgefordert, auch zuzustimmen. Kurz nochmal zum Schluss. Erdogan, glauben Sie, das ist machbar? Ja, ich glaube, das ist machbar, weil er ein Teil dieses Verteidigungs- und Wertebündnisses ist. Und der Druck, der spätestens auf dem NATO-Summit in Madrid kommen wird, wird ihm deutlich machen, dass er auch zustimmen muss. Es ist eine historische Chance, den Garanten für Frieden und Freiheit in Europa weiter zu stärken und ein Signal zu senden, an Putin, den Krieg zu stoppen und ein Signal zu senden an die Ukraine, wir stehen in Solidarität für Frieden und Freiheit ein. Sagt Henning Otte und ich sage herzlich Dankeschön nach Berlin.